Ich grüße euch heute, ich bin heute wieder so richtig schön blau, Brille, Hemd, wie auch immer. Was sagt uns das? Ton in Ton, heute gibt es Intel. Heute gibt es mal Intel, heute gibt es Prozessoren und heute gibt es die 13,5. Generation, Raptor Lake Refresh, also, Entschuldigung, die 14. Generation und da muss ich heute mal meine Oma mit ins Spiel bringen. Meine Oma, die glänzt durch Lebensweisheiten, wie zum Beispiel, meine Oma sagt, viel, hilf, viel. Das sagt meine Oma. Was sagt die noch? Bevor man was wegwirft, mach doch was Neues draus. Muss ja nicht immer alles gleich eintüten und tschüss. Das sagen meine Oma und Intel. Und damit schließt sich der Kreis wieder. Nach Raptor Lake ist vor Arrow Lake. Und vor genau einem Jahr hatten wir ja Raptor Lake und man muss ja jedes Jahr irgendwas Neues bringen. Dann machen wir doch einfach ein Refresh draus. Schnappi Refresh ist heute, Schnappi Time. Das sagt Intel. Da schweigt meine Oma allerdings, weil dazu hat sie nichts zu sagen. Und was hat sich geändert? Auf dem Datenblatt steht ein bisschen mehr Takt für alle. Und bei einer CBO gibt es noch ein paar mehr Efficiency-Kerne, also Effizienz-Kerne. Zumindest auf dem Datenblatt. Doch nichts im Leben ist umsonst. Das sagen wiederum meine Oma und der örtliche Energieversorger. Und genau das wollte das Thema sein. Oh, wieder gestottert. Es ist um acht. Tja, wie viel mehr muss ich am Mainboard, hinten am EPS-Anschluss, da reinstecken, damit hinten an der Grafikkarte, am HDMI oder Displayport noch ein paar mehr Pixel rauskommen? Das ist die heutige Frage. Und vor allen Dingen, wie steht das Ganze im Verhältnis zueinander? Lohnt sich das noch? Oder lohnt es sich nicht? Das war meine kleine Einführung. Und ich mache, bevor ich jetzt den Cut mache und auf die einzelnen Prozessoren komme, ich will es heute mal nicht ganz so lang machen. Da unten ist die Homepage verlinkt. Auf 13 Seiten stehen alle Einzelmetriken, die ganzen Workstation-Tests im Detail, alles Mathematik und Finanzen und dieses und jenes. Bitte guckt es euch an. Und wer es im Detail haben möchte, der Rest guckt heute einen nicht ganz so lang Film. Also einen fast Kurzfilm. Kiste Intel. Das ist eine Influencer-Box. Jetzt bin ich natürlich kein Influencer, aber ich habe es ja mal hergestellt, weil nach über zehn Jahren abstinence durch Intel, so eine kleine Blacklist-Geschichte, habe ich es dann doch mal wieder gekriegt. Also seit Raptor Lake bin ich ja auch wieder mit dabei. Aber ich habe meine üblichen Kanäle bemühen müssen, warum. In dieser Box sind nur zwei CPUs drin. Einmal der neue i9 14.900K und ein i5 14.600K. Mit denen habe ich auch die Tests gemacht und da gibt es ja noch ein i7 14.700K. Eigentlich für alle eine interessante CPU, die fehlt aber an dieser Influencer-Kiste. Ja, bei der ganzen Kanäle habe ich da so ein bisschen rumtelefoniert und gesagt, komm, ich brauche auch mal den. Habe ich mir natürlich jetzt noch einen besorgt. Kann man sich ja auch kaufen. Kann man sich auch verabkaufen, wenn man weiß, wo man es kriegt. Ich hatte es bis jetzt immer. Ich habe es auch weiterhin zugesehen. Alles fein. Wir haben also heute drei CPUs im Test. Und warum? Man kann ja noch spekulieren. Warum lässt Intel die eigentlich, sagen wir mal, nominell interessanteste CPU weg? Hm, vielleicht habe ich ja die Begründung. Schauen wir mal. Das kommt heute im Video. Dann habe ich mir aus Plausibilitätsgründen mal von einem bekannten Händler auch noch einen i9 14.900K, Retail besorgt. Also nicht den gesampelten, sondern einen richtigen. Und habe mal gegengetestet. Also ich kann es hier bestätigen, in dieser Box, in dieser kleinen Influencer-Box, sind keine goldenen Samples. Also das Teil aus dem Retail war sogar noch einen ganz kleinen Tick besser. Der hier ist nichts gebindt, ist einfach nur genommen, reingestapselt und dann ab in die Post und hoffen, dass er es da kriegt. So. Boom. Jetzt machen wir die kleine Denkpause für die Kapitel heute. So. Und jetzt überlegen wir, was hat sich eigentlich geändert? Was, bitteschön, ist eigentlich neu? Warum 13,5 und nicht 14? Gut, 14 ist offiziell. 13,5 ist Igor. Hm. Was haben wir geändert? Es gibt dieses Power Limit. PL1, PL2. PL1 ist normal so die TDP. Tommel-Design-Power und ja, PL2, das ist dann so diese kurzfristige kleine Erhöhung über das Normale, drüber raus. Da haben wir mal kurz ein bisschen schnaufen, bis der Kopf zu heiß wird. Dann muss man wieder abkühlen und runtergehen. So, jetzt kommt wieder mein Oma ins Spiel. Meine Oma hat gesagt, Kraft kommt von Kraftstoff. Hat sich auf ihren Hühnerschein gesetzt und beng, 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 beng. Und das ist ja weggedüst. Ähm, naja. Sagt Intel eigentlich auch. Dann schließt sich ja auch dieser Kreis wieder. Weil, wir machen das jetzt ein bisschen anders. Wir sagen, die Prozessorbasisleistung ist jetzt gleich die maximale Turboleistung. Also, wir machen aus dem PL2 das neue PL1. Es gibt nur noch ein PL1 und 2. Alles das Gleiche. Na, man, also die Standardwerte für diese Leistungssteuerung, für diese ganzen K-Prozessoren, kraftierend geändert. Und dann gesagt, okay, naja, was hat sich jetzt hier geändert? Der dauerhafte Betrieb bei maximaler Turboleistung, im Gegensatz zu den begrenzten Zeiten der früheren Produkte. Klar, klebt das mehr an der Steckdose, aber er tut es schneller. Warum hat Intel das jetzt gemacht? Jetzt sagt Intel, okay, wenn die Mainboard-Hersteller das bei der 13. Generation ja auch schon so gemacht haben. Wir haben gesagt, PL1 und PL2, die haben das aber nicht gemacht. Die haben das einfach gleichgesetzt. Dann machen wir das jetzt auch. Das heißt, wir machen alles das, was früher nicht in den Specs stand, also im Datenblatt, das fangen wir jetzt an und machen das einfach offiziell. Das heißt also, das, was vorher nicht in den Specs war, ist jetzt offiziell in den Specs. Das heißt, rein theoretisch sind wir wieder da, wo wir früher waren, bloß in offiziell und in erlaubt. Das ist alles. Und ich meine, höhere Taktraten machen ja mehr Performance. Schnappt natürlich auch ein bisschen mehr Strom. Aber Intel hat halt festgestellt, unter diesen geeigneten Bedingungen, was sind jetzt geeignete Bedingungen, neue Motherboards, schöne Spannungsversorgung, VRM, gekühlt, bla, blub, und ein ordentliches Netzteil und vor allem eine richtige Kühlung für den Prozessor. Also unter diesen geeigneten Bedingungen kann man die ja auch bei diesen erhöhten Grenzwerten noch sicher betreiben. Ja, könnte man. Kann man auch. Und die haben ja schon bei der 13. Generation, also Raptor Lake, ohne diesen kleinen Schnappi-Refresh, ein sogenanntes Extreme Power Delivery Profile eingeführt. Klingt recht richtig viel Strom. Ist es auch. Und auch vorausgesetzt, das Mainboard kann diesen Strom auch liefern. Das hat man auch auf die 14. Generation mit rübergenommen. Und ich sage es nochmal. Obwohl die PL1, PL2 und ICC Max, erkläre ich gleich noch, Werte höher sind, als in der Spezifikation der 13. Generation angegeben, liegen sie nun in der 14., 13,5. Generation innerhalb der Spezifikation von diesem Prozessor. Also was falsch ist, machen wir jetzt nicht richtig, sondern wir machen das Richtige falsch und jetzt ist alles plötzlich wieder tutti paletti. Wir heben einfach unsere Spezifikation so an, dass wir alles wieder einfüllen. So, jetzt kann man diesen Strompegel auch über das BIOS festlegen. Jetzt zeige ich euch das mal mit diesem, ich sage es deutsch, ICC Max. Das ist der maximal fließende Strom. Das steht in jedem BIOS auch ein bisschen anders drin. Je nach Mainboard-Hersteller kann sich das auch ein bisschen im Terminus dort ändern und variieren. Müsst ihr halt mal reingucken. Das ist ein Ampere-Wert und der steht meistens unter dem PL1 und PL2 dort in diesem UEFI. Ist ja kein BIOS mehr. Ist es ein UEFI? Schaut halt rein. Früher 307 Ampere. Das war, das ist das normale Performance Power Derivory Profile für den 14.900K. Ja, so ist es also theoretisch drin. Es sei denn, wir wollen jetzt mehr Power haben. Da kann man diesen ganzen Spaß auf 400 Ampere anheben. Und es gibt Mainboards, die machen das leider schon out of the box. Da stellst du was ein, 253 Volt, boff, kriegst du diese 400 Ampere da drauf gedrückt. Ich habe jetzt eins gesehen, ich sage jetzt mal keine Namen, da ging es bis 700 Ampere. Keine Ahnung, nee, geht gar nicht. Also das ist jetzt schon ein bisschen too much, sagen wir es mal so. Das zu dem Punkt, also wir haben im Hintergrund, dürfen die Ströme mehr fließen, wir stellen 253 Watt ein. Sagen aber, wenn keiner hinguckt, lass Lauf. So, damit wir auch wissen, wo nachher die Werte herkommen. Mehr dazu, Batch da unten, Homepage gucken. So, jetzt kommen wir zu den einzelnen CPUs im Überblick. Habe ich mich schön kurz gefasst. Einer von den dreien, das ist der größte. Der i9 14.900K. Was hat er? 24 CPU-Kerner, 8 Performance-Kerner und 16 Effizienz-Kerner. Macht, unterm Strich, 32 CPU-Threads, weil die 8 können Hyper-Threading, sind 16 Threads und die 16 Effizienz-Kerner können. Kein Hyper-Threading, als Threading. Threading. Damit sind es halt 32 Threads. So, 36 MB, Level 3 Smart Cache. So, heute ist alles smart. Und 32 MB, Level 2, also der ganz normale Level 2 Cache und der Max-Turbo für die Performance-Cores, der geht auf 6 Gigahertz. Ist quasi also verkappter 13.900KS. So, da hat man den verkauft und gemerkt, auch lässt sich ja gut verschabbern. Machen wir es da gleich mal offiziell und benahmen das Ding um. Und das ist drin, eine 770 UHD-Grafik, also diese integrierte Grafik und 20 Pisa-Express-Lens haben wir auch noch. Und wir haben DDR5 5600 mindestens und DDR4 3200 auch mindestens unterstützt, 3200 MHz. Das heißt, es sind zwei Speicherkontroller drin und man kann maximal 128 GB dazu stöpseln. So, das mal ganz kurz zu dem 14.900K und diese P1, PL2, 253 Watt und hier nach Gusto, 307 oder 400 Ampere, kann man sich einstellen. Eine KF-Version gibt es auch noch, die hat dann keine integrierte Grafik mehr nutzbar und eine Nicht-K-Version gibt es auch noch. Jetzt gehen wir mal eine Runde tiefer. Was haben wir da für eines drin? Wir haben einen i7-14.700K mit 16 Kernen. 16 Kerner? Ne, das sind keine 16 Kerner, das sind, wir rechnen mal, 8 mal Performance und 12 Effizienzkerner. Das sind plötzlich 20 Kerner. Da ist nämlich ein bisschen was dazugekommen. Diese CPU ist quasi neu. Jetzt können wir rechnen, 8 mal 2, weil wir Hyper-Threading haben, macht 16 Threads, so wie beim 14.900K und diese 12 Effizienzkerner kommen dann noch dazu. Rechnen wir einfach 16 plus 12 und schon wissen wir, wie viele Threads wir haben. So, weil das Ding halt halt ein paar mehr Effizienzkerner. Naja, naja, immerhin, das ist neu. Das ist wirklich neu, ist also die einzige CPU, wo sich effektiv was geändert hat und was haben wir drin? 30 MB Level 3 Smart Cache und 24 MB Löffel 2 Cache und der Max-Turbo geht bis auf 5,6. Integrierte Steilwurst und Speicher und Lanes ist das gleiche. So, jetzt ist das Problem, offiziell geht er auch mit 253 Watt, was mich jetzt erstaunt hat, im Mainboard 288 Watt will er standardmäßig drin haben. Das hat auch funktioniert, wenn ich den runter setze auf 253 Watt mit der Hand, was passiert? Unter Volllast wird das Ding instabil und wollte nicht mehr. Wenn ich den Takt dann wieder runter setze, so um 100, 150, 200 MHz, den Turbo, da ging es auch mit 253, was sagt uns das? Erstens ist es unschön, zweitens ist es vielleicht eine Erklärung dafür, dass die Effizienz von diesem i7 14.900 kmh-Test noch etwas schlechter ausfällt. Jetzt kann ich den entweder mit etwas weniger Takt betreiben, dann läuft er wieder, oder aber ich lasse ihn oben, da muss ich ein bisschen mehr rein stöpseln, sonst läuft er halt nicht so schön, wie man sich das so vorstellt. Ist ein bisschen doof, aber es ist so. Aber was wird sein? Salvage. Hat man irgendwie die Reste verwertet, wo es zum 14.900 kmh nicht mehr gereicht, hat er gesagt, okay, nehmen wir die und dann dort und am Schluss. Hat dann der Mainboard-Hersteller gesagt, okay, wir haben ja gemerkt, so richtig stabil ist es nicht und eh sonst die ganzen Bretter zurückschicken, machen wir vielleicht mal 288 rein. So, und jetzt kommt der dritte im Bunde, der ist wieder gesappelt von Intel und den finde ich eigentlich als interessantesten Prozessor. Warum? Das ist der i5 16.000, äh, 14.600 kmh. Was hat denn der noch so? 14 Kerner hat das Ding, 16 Performance-Kerne und 6 Effizienz-Kerne, gibt also unterm Strich 12 Threads plus die 8 von dem Effizienz macht 20 Threads. Guckst du. Das ist schon eine ganze Menge mehr. Und was haben wir sonst noch so? 24 MB L3 Smart Cache, 20 MB Löffel, 2 Cache und der Turbo geht bis 5,3 Gigahertz maximal. Und das PL1, PL2 haben sie auf 181 Watt gesetzt, ist auch ein bisschen mehr als der 13.600K, hat man das kleine Schippchen noch hinterher geschmissen und, äh, naja, ist halt so. So, und den Test der 13. Generation, den habe ich online, den werde ich heute auch nicht nochmal groß durchkauen. Da stehen aber auch die ganzen theoretischen Grundlagen zur Raptor Lake drin, beziehungsweise im Video habe ich es runtergeblubbert. Ähm, könnt ihr euch nochmal angucken. So, jetzt mache ich einen Cut. Was kommt? Hits Brother. Das ist so ein Teil Hits Brother und Bending. Da haben wir ja auch bei, schon der 12. Generation, also Beginn von diesem tollen Sockel 1700, diesem rechteckigen kleinen Quill, ähm, da bogen die Dinger sich durch und da wurden die rund umbuckelig und dann kühlte das alles nicht mehr. Da haben wir lange überlegt, da gab es dann Washer-Mods und dann fingen die Leute an, ihre Frames zu verkaufen, zum Stabilisieren. Hm, will ich heute nicht groß thematisieren, aber ich will euch mal erklären, warum ich ausgerechnet, die ist jetzt nicht die teuerste und die schönste und die mit den meisten RGB. Ich habe mir von Big Quiet einfach eine Silent Loop 2 gekauft, draufgestöpselt und, äh, das muss ich euch mal zeigen. Die hat nämlich nur zwei Befestigungspunkte für den Kühler in der Mitte und zwar genau dort mittig auf der Längsseite der CPU, wo sich der Arretierungsmechaniz nutzt, des Verschlusses befindet. Das heißt, also da, wo ich der Verschluss draufdrücke, wo sich normalerweise, äh, auch die CPU dann nach oben puckelt, genau da kannst du bei der Pure Loop, äh, deine, um diesen Kühler, ist ja keine Pumpe, die ist woanders, kann man da festschrauben, dann drückt es das Ganze wieder ein bisschen runter. Ähm, wie bin ich da drauf gekommen? Das war eine Messung. Ich habe das einfach, äh, nach dem Benchmark der 14900K, habe ich mir geschnappt, habe gedacht, mal gucken, da war ja vorher richtig plan, habe ich getestet, harlineal, war alles tutti. Ähm, da habe ich überlegt, okay, äh, schauen wir uns das dann doch mal an. Ist es jetzt wieder krumm? Nö. Ich habe weder eine externe Backplate, so eine richtig dicke, fette, noch habe ich irgendwo ein Frame draufgeschmissen. Na, ich habe das Ganze nochmal mit dem Original-Befestigungs-Kit gemacht. So, jetzt schaut euch mal das Höhenprofil an, das lege ich jetzt einfach mal im Vollbild drüber. Das müsst ihr euch mal angucken. Die Höhe ist links, mittel, rechts, identisch. Wir haben also keinen Buckel. Ich habe ja einfach mal über die Längsseite gemessen, habe geschaut, ist es jetzt in der Mitte hochgeschoben? Nö, ist es nicht. Es ist vielleicht, äh, wir sehen so, ja, 10, 20, äh, Mikrometer, äh, ein bisschen nach oben, aber, pff, das sind, äh, Messtoleranzen, oder? Die habe ich jetzt bei einer normalen, frischen CPU auch. So, das mal vorab, also wenn man es richtig festschraubt, bändet sich auch nichts mehr. Und der zweite Punkt ist die Oberflächenbeschaffenheit. Ähm, ich habe ja da ein schönes Equipment, kann man gucken. Äh, Mikroskop, 2000-facher Vergrößerung, guckt euch das mal an. Auch das klatsche ich euch jetzt hier mal im Vollbild von meinem Revue-Körper. Was sehen wir da? Ein schönes Gebürgerl, das sieht so aus wie, äh, ja, Alpenvorland. Ähm, da muss man mal gucken, welchen Höhenausgleich brauche ich jetzt eigentlich mittels Paste, damit ich wieder eine schöne Fläche hinbekomme, um das Ganze gut zu kühlen. Habe ich auch gemessen. Auch das zeige ich mal im Vollbild. Ich meine, was haben wir jetzt hier? Wir sehen das Ganze bis zu zwei Mikrometer Gebirge. Klingt nicht viel, ist aber eine ganze Menge. Wenn ich jetzt die normalen Paste nehme, äh, naja, die Körnungsgrößen in so einer Paste, wir haben, wenn es so gut gemacht ist, ja, ne, wir haben uns an die Greenout Extreme. Also wir haben verschiedene Körnungsgrößen, mal so eine kleine, die ist dann so bis 1,1,5 Mikrometer. Die nächsten gehen dann schon wieder bis 5 Mikrometer und teilweise sogar mehr. Ja, und dann haben wir noch ein bisschen Zink-Oxid drin, also 5 Mikrometer fürs Körnungsgrößen, äh, AL2-U3 und, äh, dann haben wir noch das Zink-Oxid und das sind Plättchen, die sind nicht ganz so hoch, aber dafür ein bisschen länger. Äh, das heißt, eine richtig gute, feine gemahlende Paste mit weniger groben Körnern, sondern lauter kleinen, schönen, geschliffenen Körnungsgrößen wird hier deutlich besser sein und besser performen. Vielleicht ist es sogar unterm Strich billiger, sie hat weniger Watt pro Meter Markkälwien, unterm Strich ist er aber zweckmäßiger. So, aber gut, das wissen die Hersteller meistens nicht, weil die kriegen es ja auch bloß abgefüllt. So, dieses Höheprofil ist aber ganz interessant und, ja, wir haben ja gesagt, der wird ja schon umgemessen, dann messen wir mal rein, dann habe ich meinen Laser losgeschickt und habe da mal ein bisschen gebohrt und habe natürlich auch eine schöne Materialanalyse gemacht. Auch das zeige ich euch nochmal im Vollbild. Obendrauf eine ganz dünne Mikkelschicht, die ist wirklich nicht dick, zweimal Laser drauf, bumm, weg ist sie. Sind wir auch im Mikrometerbereich, was haben wir dann? Den Übergang, Neckel zum Kupfer, ist ja galvanisiert, das sammelt sich dann so langsam an, bis es eine homogene Schicht wird und unten drunter haben wir einfach 100% Kupfer, also immer schön die Deckel sammeln, abgeben, Kältkassieren. So, mein Cut. Haben wir den Hitzbrenner auch durchgewurstelt, immer schön auf die Homepage gucken, da steht es drauf. Und jetzt kommen wir zu dem, was ihr immer schön wissen wolltet, die Gaming-Performance. Fangen wir an, 720p, also diese 1280x720 Pixel. Ja, Kinder, das muss eben sein. Jeder will das wissen. Ich bin jetzt noch leid, dann ständig, stets und ständig über die Settings und Auflösungen zu diskutieren und euch das zu erklären. Ich habe einfach alle vier Varianten gemacht, also 720p, 1080p, 1440p und 2160p, also unsere Ultra HD. Das geht heute von Mäusekino bis Breitbandkino. Richtig. So, also alle vier. Und deshalb fange ich jetzt mal einfach mit der kleinsten Aufschlösung an, die man so für die CPU-Tests empfiehlt. Bereits jetzt sieht man, dass sich zwei CPUs richtig absetzen können. Die haben aber keinen blauen Balken. Also wir sehen schon, die Gaming-Krone wird man auch mit Hilfe der Steckdose nicht bekommen. Es liegt der 7950x3D vor dem 7800x3D. Und dann kommt der 14900k, unser i9, vor dem, also der schwarze Balken, 13900k. So, jetzt muss man sich das mal angucken. Die Performance relativ gesehen. Was haben wir denn für einen Zugewinn? Also der 14900k schafft 13,9 Prozent. In dem Fall sind es sogar Prozent und nicht nur Prozentpunkte. Also beides in dem Fall. Mehr ist es nicht. Mehr kann der nicht. Und das macht er nur über den Takt. Und natürlich über dieses extreme Power-Delivery-Profile. Da wird mehr Strom, mehr Pixel. Da kommt ein bisschen mehr raus. Und dann sind wir halt bei rund vier Prozent mehr. Reicht aber nicht für den 7500x3D und auch für den 7800x3D von AMD, Ryzen 9 und Ryzen 7. Das wird löscht. Der 14700k hängt knapp hinter dem 13900k, immerhin. Und noch ein kleines Stückchen. Ja, das ist nicht viel. Vor dem alten i7-13700k. So, dann gucken wir uns mal noch das P1 an. Also P1. Ihr seht ja gar nichts. Ich muss da hier rüber rutschen. So, guckt es euch an. Also nochmal die alte Tabelle. Ich habe es so davor gestanden. Also ihr seht es jetzt hier nochmal. Jetzt guckt euch diese Tabelle an. Und das ist also im Prinzip die Performance über alle Spiele normalisiert und mit einem geometrischen Mittel gemacht. Und ihr seht, der schwarze Balken ist der 13900k und der Rest der kleinen Perlenkette viertelt sich daneben. P1. Jetzt machen wir es wirklich. Ihr guckt es euch an. Gut, der 14900k liegt 2,8% vor dem 13900k und der 7950X, der Ryzen 9 von AMD, der liegt so im Intel-Sandwich. Dann kommt gleich der 14700k. Und auch der 14600k liegt eigentlich richtig gut im Rellen. Ja, das müsst ihr euch mal angucken. Und der schlägt hier auch den etwas älteren 13600k ein bisschen. So, die ganzen Einzelmetriken für jedes einzelne Spiel und E-Frame-Times-Varianzen bla bla bla, steht da unten, ist verlinkt. Schalten wir meinen Gang hoch. 1080p, die ganzen E-Sportler. Wir spielen Counter-Strike 1080p. Sieht zwar Pixelkürze, aber bis schnell. 1000 Frames pro Sekunde und dann wird er schlecht. Gucken wir mal, was die CPUs hier leisten. Und naja, der 7950X3D liegt wieder hauchdünn vor dem 7800X3D. Und dann wiederum vor einem, was kommt dann? Der 14900k. Und dann kommt der 7900X3D. Und dann kommt ein bisschen nichts. Dann kommt der i9, 13900k. Gleich danach der 14700k. Und der 13700k klatscht dahinter. Und dann kommt der i5, 14600k. Und dann kommt der Rest. Beim P1, naja, da liegt auch wieder unser Freund von Intel vor. Und der 14900k hauchdünn. Das ist so diese kleine Salami-Scheibe vor dem 7950X3D von AMD, dem Ryzen 9. Und dann kommt der 13700k. Dann kommt der 13900k. Wobei die sind quasi gleich. Und dann kommt schon der 14700k. Der ist auch quasi gleich. Die kleine CPU, der i5, tut es auch noch ganz gut. Machen wir mal eine Auflösung schöner. Die Krümmel verschwinden langsam. Das Bild wird schöner und klarer. Was haben wir? Auch die 4090. Das will ich noch sagen. Das Testsystem steht hier unten verlinkt. RTX 4090. In dem Falle eine MSI Supreme X. Die zieht noch voll durch. Und auch wenn es einzelne so kleine Limitierungen schon durch die GPU gibt, die CPU muss immer noch richtig ranschafeln. Es ist kein Bottleneck im Gegenteil. Und ja, was hat sich hier getan? Schauen wir uns doch den Spaß mal an. Das ist eine hochinteressante Konstellation. Der 7800X3D, der Ryzen 7, liegt knapp vor dem Ryzen 9. Und dann kommt der i9, 14900k. Dann kommt wieder der Ryzen 9, 7900X3D. Dann kommt der 13900k. Und dann schauen wir mal. Wir haben jetzt hier einen Vorteil von rund 3% Raptor Lake Refresh vor Raptor Lake. Also 3% haben wir ja dazu gewonnen. Die kleinere CPU, schauen wir mal an. 13700k liegt dann auch ein bisschen, ja also knappes Prozent hinter den 14700k und der 14600k. Ja, da schafft es etwas deutlicher vor einem 13600k. So, P1, die Min-FPS, schauen wir uns auch mal an. Na, der Ryzen vor dem alten 13900k und dann kommt der neue 14900k. Aber das ist nicht mal ein Prozentpunkt. Sind wir vielleicht auch schon im Bereich der Messtoleranzen. Also das ist in ungefähr gleich. Der 14700k loost ein bisschen ab dahinter und der 14600k, ja da hängt dann schon fast reichlich. 9 Prozentpunkte hinter dem alten 13900k. So, jetzt kommt die schöne Fraktion derer, die alles bis zum letzten Pixel sehen wollen. 12600k, also Ultra HD. Kinder, es ist kein 4K, 4K ist Kinoformat. Die 4090 fängt jetzt schon so ein bisschen an sich zu schütteln und zu limitieren und zu bottlenecken. Schönes deutsches Wort. Ich musste da in zwei Spielen sogar die Qualitätssettings ein bisschen entschärfen und habe dann bei zwei anderen zum Beispiel auch DLS noch mitgenommen. Aber das meiste ist schon echtes, natives Ultra HD. Und da sind wir bei manchen schon so im Bereich der Messtoleranzen. Also wer den Trend der anderen drei Auflösung verfolgt hat, der wird auch verstehen, warum das hier genauso ist, wie es ist. Allerdings sehen wir, dass sich auch hier die X3D, also die Ryzen mit dem 3D-Cache ein bisschen absetzen können vor dem 14900k, 14700k, 13700k, 13900k. Wir sehen also, das ist alles im Bereich so von rund 2,1,8 maximal Prozentpunkten. Und selbst der i5, der 14600k, 2,1 Prozent nur hinter dem 13900k. Also wir sehen, das sind so ein paar Prozente bei dem MinFPS, die können wir wegdrücken. Das ist MinFPS, also bei den normalen Frames pro Sekunde. Das können wir in den Skat drücken und auch die MinFPS, die spalten sich, die sind auch interessant. Schaut ihr euch an, jetzt zieht hier der 14900k von einem 14700k. Dann kommt erst der X3D, dann kommt der 13700k, der 13900k. Mein Gehirn, dann kommt ein 7, Ryzen 7, 7800X 3D und i5, 14600k. Schön auswendig gelernt. So, wir sehen also bei den MinFPS in dieser hohen Auflösung, sehen wir schon noch so ein bisschen eine Tendenz. Und da gewinnt Intel. So, damit sind die Gaming Benchmarks durch. Kleines Zwischenfazit, mehr Strom, mehr Pixel, unterm Strich, genau dieselbe CPU. Ich glaube, es ist nichts, was man mit einem alten Prozessor der 13. Generation und so ein bisschen Geschick im UEFI auch nicht hätte selber einbringen können. Und die letzten Dinger da aus dem Retail, die sind wirklich gut. Also wir haben festgestellt, das, was es jetzt noch als 13. Generation neu im Laden zu kaufen gab, ist im Endeffekt schon deutlich besser als die am Anfang gebinden von vor einem Jahr. Hat sich also der Prozess im Laufe dieses Jahres etwas verbessert. Genau deswegen haben die Dinger ja auch einen neuen Stempel gekriegt, ohne dass ich Intel irgendwas einfallen lassen musste. So, ein bisschen Workstation werde ich euch jetzt nicht ersparen. Warum? Ich will euch mal zeigen, dass das Ganze trotzdem noch Probleme bietet, weil wahrscheinlich auch Windows erst mal lernen muss, mit dieser 13,5. Generation umzugehen. 14. Entschuldigung. Und auch die Programme. Und da gibt es Compiler-Optimierung, was es so alles gibt. Geile ist ja, alle stürzen sich auf die Spiele und die Spiele und die Spiele und die Spiele. Ja, wenn man eine richtige Applikation, dann wird er feststellen, manchmal ist die 13. Generation besser als die 14. Generation. AutoCAD 2023, ich habe den Katalyst Benchmark Run mal ein bisschen angepasst und habe es mit AutoCAD 2023 laufen lassen. Ist mit den älteren Versionen übrigens nicht viel anders. Schaut es euch an. 13.600K in der 3D-Performance, muss ich natürlich dazu sagen, hier laufen sehr wenige Threads. Also eine Multikern-CPU ist hier so ein bisschen, auch im Nachteil, das Programm ist jetzt nicht so, dass man da gleich voll die Parallelisierung reinballert. Nö, 13.600K vor, 13.700K vor, 13.900K und dann erst kommt der 14.700K und der 14.900K. Je mehr Kerne, umso lahmer wird es, ein bisschen overhead. Und dann kommt erst der 7.950X und diese X3D-Prozessoren, die spielen hier in dem Falle gar keine Rolle, weil sie damit nicht klarkommen und weil AutoCAD wahrscheinlich wieder mal auf dem falschen Kern läuft. Kann ja sein, ist halt 3D, dann sagt, da sagt der Ryzen, oh, ich nehme den X3D, der hat weniger Takt, aber ist schöner und dann geht es trotzdem in die Hose. Also das ist ein bisschen Shading, da braucht man das. Mit dem Cache eigentlich nicht, deswegen hängen die da unten. Aber wir sehen, der alte, Intel ist, was heißt alt, ja. Ohne Refresh ist ein bisschen schneller als der mit Refresh. Und wenn ich mir die 2D-Performance anschaue, ist es ähnlich, aber hier, 2D-Performance, muss ich das mal erklären. Also das sind alles Dinge, die gehen direkt durch den Prozessor durch. Die sind auch wieder extrem taktabhängig. Warum ist jetzt aber bitteschön der 13.900K um so viel schneller als ein i5-14.600K, da kommen wieder 13.700, 13.600, 14.900, 14.700K, das geht dann so ein bisschen noch nach unten. Gut, das sind jetzt keine großen Unterschiede, es ist jetzt nichts, wo du sagst, okay, das sind jetzt hier halbe Galaxien dazwischen, aber es ist ein Trend und das lässt sich auch messen. Das ist AutoCAD. Nehmen wir mal Inventor Pro, habe ich auch gemessen und der Inf-Markt ist eine schöne Geschichte. Ist natürlich sehr Intel-lastig, aber schauen wir uns das an. Haben wir das nicht gerade eben gesehen, 13.900K vor 13.700K vor 14.900K bis 14.600K. Klar, kleben die alle O-Bell, aber Total Score, also die Gesamteinschätzung, gewinnt Alt gegen Neu, guckst du. Dann kann man das natürlich nochmal auftröseln. Gucken wir uns mal die Single-Thread-Performance an. Da hat sich etwas geändert. Nö. 13.900K, ich lasse das jetzt, ich zähle das nicht, ihr seht es ja im Hintergrund. So, Multi-Thread-Performance, da, selber Satz, gut, der 14.600K rutscht ein bisschen da unten durch, weil der hält ja nicht so viel Kerne, aber unterm Strich, Tendenz die gleiche. So, schauen wir mal, machen wir was anderes, schicken die mal richtig arbeiten, auch ein bisschen Rendering, Cinebench, Blender und Lux-Render. Schauen wir mal, und gut, ich habe jetzt extra den R23 genommen, den Cinebench, und nicht den ganz neuen. Will mal ein bisschen auch vergleichbarer bleiben. Aber sehen wir, jetzt kommt die Krone, ja, hinterher hat es geschafft, ein kleines Krönchen. Wir haben es also hinoptimiert auf den Cinebench, da gewinnt der 14.900K erstmals vor dem Ryzen 9 7.950X und dann kommt erst der 13.900K. Allerdings ist hier Schluckmatismus angesagt. Komme ich aber nachher noch drauf. Dann kommt der 14.700K und so ziemlich da unten ist dann der 14.600K. Aber alle neuen sind hier besser als die alten, also 13.5, 14, 13. Immerhin, das haben sie im Cinebench geschafft. Gucken wir uns mal die Single Thread-Performance an. Da sieht es dann so aus, 14.900K. Da ist auch wieder der Takt ausschlaggebend. So, da kann man sagen, okay, da ist die Cinebench weg. Fünf Messungen, 20 Ergebnisse. Nehmen wir mal Blender und meinen Ego Bot. Das ist eine recht fiese Geschichte, weil das Ding ist extrem gut ausmodelliert. Dankbarer Aufgabe und Render auf der CPU. Ja gut, guck mal. Der Ryzen 9 7.950X hat jetzt bis jetzt alles in den Boden gerammt, was nicht bis drei auf dem Baum war. Mittlerweile ist es so, der i9 14.900K hat sich hauchdünn davor gemogelt, hat also quasi sich hier auch das Blendergrünchen erschmolzen. So, danach kommt, wie gesagt, der Ryzen 9 und dann kommt gleich der i9 13.900K. 14.700K macht, was er machen soll. Ist also ein bisschen schneller als alt. Und auch der 14.600K ist schneller als der 13.600K. Lachs mag genau dasselbe. Nenn ich ganz, hier gewinnt wieder AMD vor dem 14.900K und knapp vor 13.900K. Sieht so ähnlich aus, aber die Performance-Krone haben sie nicht gekriegt. Lessons-Aufnahme und Effizienz beim Gaming. Und habt das gemerkt, hat mal kurz geklingelt. Ich musste mal schnell raus. Wir haben also einen kleinen Cut hier dazwischen, einen richtigen schönen Cut im Video. Ich musste ein Paket entgegennehmen und das war wichtig. Das war wichtig und teuer. Demnächst auch vielleicht das Video. Nettes Zeug drin. So, das mal kurz dazu. Lessons-Aufnahme und Effizienz beim Gaming ist so ein Thema, dem werden wir uns heute widmen. Und da besteht bei diesen drei neuen Intel-CPUs untereinander ein eklatanter Unterschied im Trinkverhalten. Also während der i7 14.700K an der Spitze der blauen kleinen Glühstrümpfe liegt, der 14.900K, der i9 i7 nur knapp auf dem Fersen, und der 14.600K, der benimmt sich noch relativ manierlich. Schauen wir es uns an. 720p. Wir gucken uns das alles mal schön der Reihe nach an. Ich werde es jetzt nicht vorlesen, aber wir sehen, dass der i5 14.600K effizienter und großgeschrieben und auch schneller ist als der 13.600K. Ist nicht viel, sind kleine Marginalien, aber ist messbar. Der 13.900K, der hat schon stark Marzismus, wenn ich da ganz da unten gucke, 14.900K, und dann kommt der 14.700K, der i7, der nimmt dann gleich den richtigen Humpen und schüttelt sich hinter die Binde. Kein Ersatz mit X. Und das sieht in 1080p, ich zeige euch auch, auch nicht wirklich anders aus. Guckt euch die Balken an, es hat sich nichts geändert. Und dann gucken wir uns 1440p an, also wie QHD, hat sich hier was geändert? Nein! Gut, die Wattzahlen, aber das Verhältnis, der Trend. Die K-Sahle-Kette, das bleibt gleich. Und dann gehen wir mal nach Ultra HD, abschließend, da sehen wir. Nur eine CPU ist jetzt ganz hinten, nämlich der... Immer noch der 14.700K, aber der 7.900X, der Ryzen 9, der hat sich dann zwischen den 14.900K und den 4.900K. 14.700K geschoben, aber im Endeffekt, auch hier ist die Reihenfolge wieder mal so ziemlich die gleiche. Da muss man das natürlich auch im Verhältnis zur Effizienz sehen. Also nicht nur, was wird geschnappt, sondern was wird auch dafür geliefert, weil es kann ja sein, wer mehr ist, arbeitet auch mehr. Gucken wir uns das an. 14.600K liegt vor dem 13.600K, der liegt gar nicht mal schlecht. Natürlich die ganzen 3D-Cache-CPUs von AMD, diese X3D liegen natürlich alle noch davor. So, klar. Da klappt dann auch die Kernzuordnung richtig gut und unsere kleine... Ja, der 14.700K ist auf Heifers Trinkerheim und der 14.900K ist eigentlich auch nicht viel besser. Die ganze da unten. Also die Effizienz ist für den Pups. So, und das ist dann auch für die anderen Auflösungen das Gleiche, erspare ich euch. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Gaming, brrr. Lassensaufnahme und Effizienz in gemischten Workloads. Ich habe euch ein bisschen schon gezeigt, natürlich auch unsere Workstation. Naja, was ist da so passiert? War bei AutoCAD genommen. Ich habe mir das Ganze mal angeguckt und habe dann einfach über die Laufzeit von diesem Benchmark, da läuft ja relativ lang mein Catalyst-Run, und da hat man Verschiedenes. Da hast du Drahtgitter-Modelle, dann hat man wirklich mal richtig Zeichner mit Vermaßung, allem drum und dran. Oder schiebt sich ein bisschen was, ein bisschen wird auch Shading zum Beispiel. 3D ist auch ein bisschen dabei. Was haben wir in der Summe? Guckt ihr ja an. Auch hier die Grafik. Wer ist ganz hinten? 14.900K, 13.900K und 14.700K liegen hinten. Und unsere 14.600K, da liegt richtig gut im Rellen. Jetzt habe ich das mal umgerechnet. Ich habe da meine Scorepoints rausgerechnet und dann habe ich die umgerechnet und habe mal geguckt, wie viele Scorepoints pro Watt kriege ich denn raus? Das ist ja nicht nur die Frage, was du säufst, sondern was du dann auch dafür leistest. Und da liegt der 14.600K an zweiter Stelle hinter den 13.600K. Wir haben ja gesehen, dass die CPU, die 14. Generation, ein bisschen schlechter performt als die 13. in dieser Suite. Das heißt, also hier stimmt dann auch in etwa die Effizienz überein. Das ist halt bloß. Ein bisschen eingebremst. Und der ist ganz hinten. Die haben wir 13.900K, 14.700K und 14.900K. Hm, schön ist es nicht. Volle Leistung beim Rendern. Jetzt kann man ja all in. Gehen wir doch mal rein und gucken uns den Spaß mal an. Boah. 14.600K ist noch so irgendwie in der Mitte. Aber guck dir das mal an. Der ist so ein 7.950X3D. Frisst auch nicht viel weniger. Ist aber deutlich performanter. Und ganz unten. 14.900K, 13.900K. Das ist nüchst. Aber gucken wir uns mal wieder das Verhältnis an. Das ist jetzt interessant. Weil er ist ja schnell. Der 14.900K, der macht ja ein bisschen was fürs Geld. Ah, der ist sogar effizienter. Der ist aber wie Wattstunden im Jahresland. Also ihr habt einfach die Zeit genommen. Wie lange brauche ich, um meinen IQ-Boot fertig zu rendern? Das dauert ja eine ganze Weile. Oder ihr habt einfach gemessen. Wie viel Watt hat er denn bitte schön aufgenommen in dieser Zeit? Und dann habe ich das Ganze ins Verhältnis gesetzt. Und dann kriegt man Wattstunden raus. Guckt es euch an. Der 14.900K war richtig schnell fertig. War ja auch der schnellste. Er ist fast so effizient hier beim Volllast-Render wie der 14.600K. Bloß unser Freund 14.700K. Tschüss. Das Ganze da unten, weil der hat geschnappt wie die Hölle. So, und hier sehen wir mal den Unterschied zwischen dem 14.900K und dem 13.900K. Warum ist der jetzt bitte schön so groß? Das liegt daran, dass man wahrscheinlich auch im UEFI den 14.900K ein bisschen eingegrenzt hat. Ich lasse nämlich nicht mit 400 Watt laufen und zu laufen, sondern bloß mit 307 Watt. Und das passiert beim 13.900K nicht. Der darf hier auch in, rein und durch. Und das ist genau das, was dann da hinten rauskommt. Temperaturen sage ich auch noch was dazu. Das ist ganz schwer zu messen und zu beurteilen, warum. Jetzt könnte ich alles mit dem Jeller machen. Haben wir aber kein massentaugliches Urteil. Jetzt könnte ich auch irgendein Ort draufbammeln. Und jeder macht eine andere. Unterm Strich kommt auch immer wieder was anderes raus. Jetzt habe ich mir bewusst die von Big White genommen, wegen diesen zwei Befestigungspunkten, damit es mir den Dödel nicht nach oben drückt und das Bending natürlich damit auch vermeidet. Damit liegt er natürlich auch wunderschön oben auf. Und eine 316 All-in-One kann durchaus auch kühlen, wenn man jetzt nicht anfängt, Pumpe runterzudrehen in so einem anderen Blödsinn. Ich habe es ganz normal out of the box draufgeschmiert, fertig, festgeschraubt und lief. Und bis auf diesen 14.700K, der wirklich gesoffen hat wie ein Loch, ist das alles ganz gut ausgegangen. Wir kommen also nicht in ein thermisches Throttling ein, weder beim Gaming noch beim Arbeiten. Passt also, deswegen muss man sich ausdiskutieren. Alle anderen Dinge hängen sowieso noch von der Einbausituation ab. Hängt sie oben drin, hängt sie vorne drin. Was hängt noch mit dem Rechner drin? Kriege ich warme Luft, ganz warme Luft oder kalte Luft? Lässt sich schlecht vergleichen, müsst ihr es selber ausprobieren. Kühlbar ist es jedenfalls, immerhin. So, das ist jetzt mal die Zusammenfassung und da habe ich alle drei CPUs nochmal einzeln bewertet. I9 14.900K, Gaming-Krone kannst du vergessen, wird nichts. Aber er kriegt zumindest die Elektronenkrone, so ein kleiner Trostpreis, ein energetischer. Also im Prinzip hätte sich Intel diese Iteration auch geschenken können, hätte man 13.950K oder KS oder wie auch immer nennen können. Wäre ein bisschen ehrlicher gewesen. Ich will aber die komplett nicht zerreißen. Wir müssen jetzt wirklich gucken, was passiert mit den Preisen im Handel. Ist er teurer als die 13. Generation? Ist es komplett für die Pfeife? Kann man drin rauchen und sich freuen, dass es weg ist? Sind sie vom Preis her ähnlich? Oder es wird sich dann vielleicht noch ein bisschen nach unten bewegen? Dann kann man darüber nachdenken, ob man es macht. Aber es ist kein Upgrade zu einem 13.900K, es ist maximal ein Sidegrade. Das Geld könnt ihr euch sparen. Und mit ein bisschen Pech braucht man sowieso noch ein neues Mainboard. Also mein Z690 kann es. Auch mit diesem extremen Leistungslimiter, das man hochsetzen kann, auch mit den Strömen. Nicht jedes Board kann das. Wenn man ein Pay hat, muss man sich noch ein neues kaufen. Sinnlos. 253 Watt Power Limit und 307 Ampere. Dann ist es gut gelaufen. Wo man noch drüber nachdenken muss. Sockel LGA 1700. Der ist jetzt mal zu Ende. Dann kommt 18.000 und 51. Und dann geht es ein bisschen anders los. Also das hier ist tot. Das ist also quasi der letzte seiner Art, der da reinpasst. So, dann kommt der I7 14.700K. Ja, das Ding ist weder Fisch noch Fleisch. Das ist irgendwie, doch, eins ist er, er ist durstig. Warum das Ding unbedingt vom Hersteller, da im UEFI mit 288 Watt besetzt wurde, das wissen wahrscheinlich nur MSI und Intel. Aber, ja, mit 253 Watt und eingebremster Stromstärke lief das Ding auch nicht mit vollem Takt. Konstant stabil durch. Muss da ein bisschen wegtun. Also habe ich es doch lieber auf 288 Watt gelassen und dann lief es auch wieder durch. So, also entweder habe ich einen selten dämlichen Exemplar erwischt, kann auch mal passieren, oder da hat man einfach Silvage nach oben gelabelt, hat für 14.900 gar nicht gereicht. Anderer Name drauf wird schon. Gibt ein bisschen mehr Bums, dann läuft er auch durch. Naja. Mehr will ich dazu gar nicht sagen, also von diesen dazugewonnenen Efficiency-Course habe ich nichts gemerkt. Das hätte sich Intel irgendwie schenken können. So, und dann kommt der i5, 13.000, äh, 14.600 K. Der hat mir besser gefallen als der 13.600 K, der ist nämlich schneller und effizienter. Geht so ein bisschen da im Strahlenkranz in dem energetischen von dem i9 14.900 K unter, ist aber aus meiner Sicht die bessere CPU für die, die damit noch was anfangen können. Und auch hier ist natürlich wieder das Sockel LGA 1700 und tschüss. Er wird nicht mehr. Muss mal gucken. Ein Upgrade von der 12. Generation auf die 14. Kann man machen von der 13. auf die 14. Ist sinnlos. Komplett sinnlos. So, Fazit. Also mein letzter Satz heute, oder meine letzten Sätze, bei aller Euphorie soll man nicht vergessen, wie gesagt, 1700 ist tot. Wer jetzt nochmal upgraden will, muss ich es wirklich genau überlegen. Machen wir es, machen wir es nicht. Also von der 12. Generation mit einem guten Z690-Port kann man es tun. Von der 13. würde ich es nicht machen. Schaut ums Geld. Raptor Lake Refresh. Und wisst ihr, was das ist? Unterm Strich ist es eigentlich nichts anderes als ein in Silizium verewigtes Ein-Chip-Fossil. Geiles Wort. Ist aber so. Also wir haben ja noch einen monolithischen Chip und das wird wohl auch der letzte sein, weil auch Intel wird es machen wie AMD, indem man auf ein Multi-Chip-Design geht. MCD. Ja, bringt es halt. Und das Ding will natürlich auch im Verhältnis zur Performance gut mit elektrischer Nahrung gefüttert werden. Muss man stets beachten. Also wenn ich genügend Futter bereitstelle, dann habe ich auch meine Freude an dem 13,5. Generations-CPU. Wie gesagt, 14.900K kann man machen. 14.700K würde ich so nicht machen. 14.600K. Schön. Das ist noch von allen dreien aus meiner Sicht die ehrlichste CPU. So. Einen Nachsatz bringe ich noch. Weil, also, die Brille wurde gekauft von Igor, nicht gesponsert. Hemd habe ich mir auch selber gekauft. Meine Frau hat es ausgesucht. Ich habe es angezogen. Ansonsten zwei dieser CPUs, wir sehen ja, die Influencer-Kiste, wurden von Intel-Levelser zur Verfügung gestellt, wie auch die aktuellen Ryzen-Modelle von AMD gesampelt wurden. Ja, fast alle. Den Ryzen 7 5800X3D, den habe ich mir selber gekauft. Der Rest ist aus Privatbestand. Auch die älteren Intel-CPUs. Sowie wie der i7 14.700K. Mein Wort und Speicher stammen aus dem Handel, beziehungsweise von MSI und von Corsair. Alles wurde natürlich zur Verfügung gestellt mit einer Bedingung, dass diese Sperrfass für diese Produkte einzuhalten ist. Und ich darf es nicht zerlegen, ein bisschen Pech, kriege ich es auch wieder weggenommen. Das sind also alles Leihstellungen. So eine indirekte Einflussnahme. Aufwandsentschädigung fand auch nicht statt. Licht wurde bezahlt von Igor und ich hole mir jetzt einen Kaffee, den habe ich mir auch selber gekauft. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Überlegt euch das gut mit dieser 13,5 Generation, ob ihr es noch braucht. Upgrade von der 12. Generation ja. Upgrade von der 13. Generation eher nein. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss.